Hey, du lieber Mensch, liebe Frau, lieber Mann, ich grüße dich herzlich, komme gerade von einer Insel, von Thailand und bin auch ganz beseelt von dieser Erfahrung, mal ohne Autoverkehr, Gehupe und anderen Einflüssen zu sein. Vor kurzem starb ein naher Freund von mir und wir haben ihn beim Sterben begleitet. Und nachdem seine Seele seinen Körper verlassen hatte, waren wir noch bei ihm und erwiesen seinem Körper und seiner Seele und auch ihm noch unsere Präsenz und unser Dasein. Und je länger es ging, umso mehr wurde der Körper kalt und umso mehr war spürbar, dass jetzt nur noch eine tote Hülle zurückbleibt. Und oft, wenn ich mich und auch andere Menschen beobachte, dann sehe ich, es geht immer um den Körper. Es geht immer darum, bin ich gut genug? Wie sehe ich aus? Meine Kleidung, meine Frisur, mein Handy, mein was auch immer. Und wenn du jemals einen Menschen beim Sterben begleitet hast, dann hast du vielleicht verstanden, dass Seele nicht etwas ist für nach dem Tod des Körpers, sondern jetzt leben wir noch im Körper hier auf der Erde. Und der Kontakt zu deiner Seele ist das Allerwichtigste, was du verkörpern kannst. Alle Heilungen kommen aus dem Heiligen. Und alle wirklichen Antworten kommen natürlich aus dem Herzen und aus deiner Seele und dadurch dem erhöhten Bewusstsein. Und die zwei wichtigsten Fragen im Leben jedes Menschen sind natürlich, wer bin ich? Hoffentlich nicht nur ein Mensch, hoffentlich nicht nur ein, wie wir sagen, eine dressierte Maske und Persona, Persönlichkeit heißt ja nun mal Maske, sondern hoffentlich ein authentisches Wesen mehr und mehr, das lernt, die eigene Seele und das eigene Sein authentisch zu verkörpern. Und also wer bin ich? Und die zweite Frage ist, was will ich? Und je mehr wir lernen, nicht windschlüpfrig und die Umgebung anzupassen, sondern authentisch wir selbst zu sein, was auch immer heißt, den Kreis der Kraft zu ziehen, zu lernen, Nein zu sagen, wenn wir Nein meinen und Ja zu sagen, wenn wir Ja meinen. Umso mehr findet Entwicklung statt. Entwicklung ist außen in der Zeit auf der Erde. Ich lerne etwas. Ich entwickle mich. Zum Beispiel, ich zeige meine Liebe in meiner Liebesbeziehung. Ich kann um Verzeihung bitten. Ich lerne Beziehungsweisheit und Kompetenz. Das können wir erlernen. Das ist Entwicklung unserer Beziehungsfähigkeit. Entwicklung bedeutet genauso wie an Weihnachten. Ich wickle das größte Geschenk in meinem Inneren aus. Ich packe es aus. Meine Göttlichkeit, mein Wesenskern aus Licht und Liebe gewebt, also meine Seele. Und diese zwei Formen der Entwicklung sind jetzt auf der Erde unglaublich wichtig, dass du in all diesem Umbruch und all diesem Tova Bohu, wo das Alte zusammenbricht und das Neue immer mehr hervorscheint, verstehst in dir, und es war immer so, Individuum bedeutet nicht hautverkapseltes Ego, sondern ein ungeteilt und eins mit allem. In dir ist der große Frieden, ist die Heimat, ist der Sinn, in der Entspannung hinein in dein Sein, in deine Göttlichkeit. Das ist das erste Wirkprinzip des Universums, das große Ich-Bin, große Buchstaben. Die Mantren der Hindus, der Buddhisten fangen alle mit Om an. Om ist ein Kraftwirbel in der gleichen Intensität wirksam wie das große Ich-Bin in unseren westlichen Kulturen. Und aus dem Om, aus dem Ich-Bin, was die Anbindung nach innen zu deinem Herzen, deiner Seele ermöglicht und dir schenkt, kommt die Anbindung nach unten zur Mutter Erde, tiefe Wurzeln zu haben, die Erde zu lieben, sie zu küssen, zu segnen, ihr zu danken für jeden Bissen Essen. Alles ist ein Geschenk für jeden Atemzug, für die Schönheit der Erde, dass sie uns die Tränen in die Augen treibt, die wundervolle, du wundervolle, geliebte Mutter Erde Gaia. Und dann die Verbindung nach oben in den Kosmos. Ich habe oft gesagt, Kosmos heißt Ordnung. Und auf der Erde ist nur ein Wesen aus der Ordnung gefallen. Und das ist der Mensch, der sich ironischerweise als die Krone der Schöpfung bezeichnet. Ich denke, da ist noch ein bisschen Entwicklung nötig, bis wir wirklich die Krone der Schöpfung sind. Das heißt, die Verbindung nach innen, nach unten, nach oben, im Kreis der Kraft. Dann geht es darum, Seele zu verkörpern, deinen Geist zu meistern, zu verstehen. Gedanken erschaffen, zusammen mit deinen Gefühlen, alle deine Lebensumstände, alle deine Wirklichkeit. Jeder Geist erschafft die eigene persönliche Wirklichkeit. Und alle Menschenwesen zusammen erschaffen die kollektive Wirklichkeit. Es braucht in den nächsten Jahren viele Menschen, deren Geist gut geschult ist, stabil in der Liebe, im Frieden zu sein, unerschütterlich hochfrequente Gedanken der Liebe des Lichts, der Verbundenheit und des Segens zu denken, den Reichtum der Erde gerecht zu verteilen und felsenfest daran festzuhalten an der neuen Erde. Und wie wir sie gemeinsam mit all den Menschen in allen Ländern der Erde Schritt für Schritt in die Verkörperung, in die Manifestation bringen. Dann braucht es natürlich auch die Heilung. Ich habe oft darüber gesprochen, auf der emotionalen Ebene. Die Meisterprüfung in einem Menschenleben ist emotionale Reife. Unsere Beziehungen sind genauso tief, wie die Beziehung zu uns selbst ist und wie wir uns auf der verwundeten, verletzten Ebene unserer Gefühle halten können. Das Gold aus unserem Schmerz ernten, daraus Weisheit werden lassen und uns von dort nicht mehr auf die Persona, die Maske eines Menschen beziehen, sondern auf die Seele, auf das Wesen. Dann entsteht eine neue Welt und der Weg der Liebe öffnet sich. Und es war immer so in einem wirklichen Leben, das ist ein Gebet. Wenn du verstehst, alles ist ein Geschenk. Früher oder später wird alles Form verändern. Alles wird sich verwandeln, jede Beziehungsform. Dein Haus wird nicht mehr dein Haus sein. Deine Jugend wird nicht ewig dauern. Alles wird sich verändern. Und es wird immer mehr so sein, dass viele Menschen nicht mehr an der Materie festhalten, also an der Form, sondern dass sie sich dem Inhalt zuwenden, der Seele. Und wenn du dich als Seele siehst, dann setzt du deine Seele wieder auf den inneren Thron und damit das Göttliche. Du verurteilst nicht die Materie oder die äußeren Formen. Das ist ein Spiel. Lila. Wir lieben es. Nur, du lebst aus dem heiligen Raum deiner Seele und deines Herzens. Und das macht einen Unterschied. Du kannst aus der tiefsten Liebe, dich um deiner Selbstwillen zu lieben, wirst du fähig, andere um ihre Selbstwillen zu lieben. Dieses Erbärmliche, nur die Fehler in Menschen zu sehen und zu gucken, wo ist das Sein der Suppe, das wird dich immer weniger interessieren. Und du wirst dich auf das Licht, auf die Liebe in dem Wesen vor dir beziehen. Und wenn du einen Fehler machst, dann kannst du ihn dir vergeben und um Verzeihung bitten und etwas daraus lernen. Wenn andere Menschen einen Fehler machen, dann kannst du ihnen zuhören und ihnen vergeben und dann geht es weiter. Das heißt, in der Dankbarkeit und der Erkenntnis, dass alles ein Geschenk auf Zeit ist, entschleiert das Leben sein heiliges Gesicht. Du siehst nicht mehr die Täuschung der Illusionen, sondern die Erkenntnis. Die Schau fängt an. Du siehst, wie alles von Licht durchdrungen ist in einer bestimmten Frequenz. Ganz sicher jeder Mensch, jedes Kind, jede Frau, jeder Mann, auch jedes Tier, genauso die Bäume und die Natur und sogar die Materie. Letztendlich ist alles, was du siehst, elektronische Lichtsubstanz in einer bestimmten Schwingungsfrequenz. Auf der Erde so nieder, dass sich die elektronische Lichtsubstanz in Polarität aufgespalten hat. Und wenn du etwas heilen möchtest, etwas erneuern, dann musst du lernen, dein Bewusstsein zu erheben. Ist zur Seelenebene, zur göttlichen Ebene, in der Meditation, in deiner Kunst, in was auch immer dich Seele spüren lässt, darin stabil zu werden. Und von dort aus, so wie alle Astronauten gesagt haben, mit Tränen in den Augen viele, die Erde ist ein Paradies. Und alles, was auf der Erde nicht funktioniert, ist von Menschen gemacht. Der Krieg, der Mangel, die Trennung. Und wenn wir ein Segen sein wollen in Zeiten wie diesen und dass du das anschaust, zeigt mir, dass du ein Segen bist und am Weg der Liebe wirklich interessiert bist und am Frieden. Dann kommen die Antworten aus unserem reinen Herzen und aus unserer göttlichen Seele. Und das auf die Erde zu bringen, bodenständig, uns darin zu verwurzeln, ein wirklicher Mensch zu sein. Ein Mensch aus Fleisch und Blut, der sagt, ich weiß manches nicht, ich weiß das nicht und ich bin dort unsicher. Das nimmt nichts an deiner Göttlichkeit, das macht dich eher noch liebenswerter zu sagen, ich weiß es nicht. Ich werde jemanden fragen, der es weiß oder ich werde tiefer diese Frage in mein Herz nehmen, so wie Rilke es gesagt hat. Das macht einen großen Menschen aus, auch klein sein zu können, demütig, bescheiden und groß, machtvoll, göttlich. Und zugleich wird deine Göttlichkeit, und wenn ich Göttlichkeit sage, meine ich immer die höchste Frequenz des Lichtes und der Liebe, immer mehr durchscheinen. Durch das, was du sagst, durch das, wer du bist, durch deine irdische Existenz möchte deine Seele, das, was dich beseelt, leuchten. Und das werden die Menschen spüren. Und das wird die neue Erde sein, das Herz, das heilige Herz in jedem Wesen und die göttliche Seele, die in den Menschen uns wieder etwas anderes beibringt als Trennung, Krieg, Urteil. Und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dir und all den anderen am großen Weg der Liebe und des Friedens jetzt auf der Erde praktisch zu wirken. Mit Begeisterung, mit Freude, mit Humor, mit Herzblut. Hey, ich freue mich auf dich. Danke dir sehr.